Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mache ich wie bereits im Titel geschrieben ein Star Wars Theory Video und zwar Ray eine Skywalker ist. Zu aller Anfang in diesem Video kommen Spoiler zu Star Wars Episode 9 und zu allen anderen Episoden vor. Also wie bereits gesagt, also in diesem Video habe ich es noch nicht gesagt, aber ich habe schon mal ein anderes Video hochgeladen, hier eingeblendet übrigens gerade, ob Ray eine Skywalker ist. Da habe ich diese Theorie schon mal behandelt, aber durch Episode 9 bekamen wir sozusagen neue Möglichkeiten für diese Theorie und die mehr oder weniger etwas mehr bestätigen, dass Ray eine Skywalker ist, denn ich habe auch wie bei der Ziehe gerade eingeblendet und auch mal ein Video darüber gemacht, ob der wahre Vater von Anakin Skywalker, also das Palpatine der Vater von Anakin Skywalker ist. Das habe ich in diesem Video behandelt, das ich euch gerade eingeblendet habe. Und ja, also wir wissen bereits, dass Palpatine der Vater von Anakin Skywalker ist und daher, wir wissen auch, Ray ist die Enkelin von Imperator Palpatine. Das heißt, Ray ist die Nichte von Anakin Skywalker, weil der Vater von Ray war der Halbbruder von Anakin und das heißt, sie ist die Nichte von Anakin Skywalker, das heißt, sie trägt auch sozusagen dessen Blutlinie mit sich mit. Also, Anakins Blutlinie kommt ja von seiner Mutter Smee Skywalker und von Imperator Palpatine und Rays Blutlinie kommt eben von Imperator Palpatine, der wiederum sehr ihr Großvater ist, aber ja, sozusagen ist sie sozusagen eine halbe Skywalker. Ich habe auch natürlich im Internet darüber recherchiert, wie hier eingeblendet, ob Ray eine Skywalker ist. Im Internet stand zwar nein, aber mehr oder weniger, sie ist eine halbe Skywalker, eigentlich schon, sie ist ja mit Anakin verwandt, die Nichte von ihm, aber auch nur zur Hälfte, weil sie hat ja eine andere Großmutter als Anakin seine Mutter und daher würde ich sagen, ist sie eine halbe Skywalker, aber da sie Anakins Nichte ist, würde ich sie als Skywalker gelten lassen. Ich würde sagen, sie ist eine Skywalker, Ray Skywalker. Also Leute, danke, dass ihr ein bisschen mit dir angeblieben seid. Morgen reagiere ich mal wieder auf meine ersten Videos, das wird wieder ziemlich lustig und auch wahrscheinlich etwas peinlich für mich, da meine früheren Videos nicht so hochqualitätig waren, hochqualitativ waren wie meine heutigen, ja, aber dann würde ich sagen, was ist jetzt mit dem Video, wir sehen uns morgen, nicht morgen wieder, irgendwann in den nächsten Tagen wieder bei meiner Reaktion und dann würde ich sagen, wir sehen uns da wieder und bis dahin, tschüss.